ja leute es ist wieder soweit wir haben etwas ganz besonderes denn wir haben das nächste haupt zeit für uns erstmal riesen konami dass wir das ganze früh öffnen dürfen zunächst einmal wir haben hier etwas besonderes drauf und dieses hat freue ich mich sehr darauf denn wir haben hier early support wir haben hier dark und light support und wir haben noch viele andere karten aber wie immer werde ich darauf eingehen wenn wir das ganze ziehen ebenfalls bin ich sehr gespannt auf gold stolz ich hoffe ich sind neue gold stolz karten drin und erst mal das aufkriegen ist nicht so einfach ja auch noch mal zu beginnen ich kenne nicht alle karten aus diesem set ich kenne nur 80 karten aus diesem set der rest ist für mich noch unbekannt für euch wahrscheinlich nicht aber dementsprechend für mich ist das ganze etwas neu also nicht wundern wenn ich über karten ja sehr überrascht bin oder sie nicht kenne ihr aber schon so weiter geht es erst mal ich muss sagen farbe gefällt mir sehr also die farbe ist sehr hübsch gefällt mir also hier ist das farb spiel gefällt mir so wir fangen links an manchmal gute war manchmal schlechte war ist immer eben so das eine oder andere ja neues hauptzeit ich freue mich sehr wie immer können wir hier auch theoretisch natürlich eine starlight rare ziehen wir mal gucken ob wir das ganze ziehen so wir fangen an mit gukan sushi schiff denn ja auch sushi bekommt neuen support ebenfalls markiert genau markiert ist hier ebenfalls mit vollen auf albers und ja das ist etwas was ultra stark ist denn super starker samurai bekommt hier wirklich wirklich gute karten raus und erst einer davon er ist mit die schlüsselkarte und ist super gut allgemein super starker samurai ist ein deck was man in der vergangenheit gesagt hat was was können die denn ja lest euch die karte liebe alle durch denn sie werden relevant werden denn sie werden auch turnieren gespielt werden denn sie kombiniert mit dem pendulum monster bzw sie kann das pendulum monster suchen ja kann extrem stark gekommen und wir haben hier starbe gerade starbe gerade bekommt ihr ebenfalls noch mal eine neue karte hier als super rare artworks wie immer bei eben den karten sehr schön allgemein voll auf albers starbe grade super schöne artworks also gefällt mir sehr cool und hier muss ich sagen erinnert sehr sehr an traptik also von artwork natürlich also sollte natürlich auch darstellen ist ja auch für fallen karten aber ich finde es sehr schön hier also man könnte auch denken das kommt aus dem struktur also einfach super super hübsch und ja der vergnügung scheußlichkeit oder den namen will ich nicht aussprechen aber das ist ja auch auf der neuen planet drauf ja sieht super hübsch aus auf der planet super hübsch okay er ist wusste wir schon sehr viel erzählt ich glaube wir müssen mal ein bisschen vorankommen hier denn sonst werden wir hier noch ja ewig sein wie sagt ja visa star frost beziehungsweise markierte ähnliches bekommt ihr eben neuen support neue ungeheuer und da haben wir auch schon die erste secret rare und sieht sehr hübsch aus ist jetzt sehr hübsch aus ist hier jetzt in diesem fall eine dogmatiker beziehungsweise despier karte sie wird als dogmatiker oder despier karte behandelt was extrem cool ist weil du einfach sie halt eben dann suchen kannst für dogmatiker aber natürlich auch mit despier eben benutzen kannst sie ist hexa empfänger stufe 4 was sehr wichtig ist passt natürlich perfekt sie ist licht gegen stück zu light zu dark entschuldigung ist natürlich auch sehr gut gerade für die fusionsmonster eben bei despier passt also sehr gut weil sie gerade normale spezial beschrieben wird du kannst ein gefallen von albers oder eine karte die ihn erwähnt von deinem deck auf den friedhof legen falls diese karte oder mehr karten des extra decks verlassen aus wenn es dem selbst du kannst einfallen auf albers oder monster dass ihnen erwähnt in einem friedhof wählen außer eben sie selber beschwöre ihn oder es als spezialbeschwörung du kannst hier in effekt noch einmal pro spiel zu nutzen ist einfach eine weitere ja eine weitere karte die ihm weiter passt die man eben spielen kann eventuell in der spiel also es ist einfach der spiel bekommt ihr halt sehr viel neuen support bekommt auch neues fusionsmonster er auch das bekommt das ganze und in dementsprechend habe ich hier halt eben verschiedene neue optionen die man eventuell beim deck bau dann eben ja eben einbringen kann so doch mal deine mafia kommt ebenfalls die neue falle aus seiner counterfalle sehr gut ist bei speed 3 super stark weil ja ist bei speed 3 in der baumtum er gibt es nicht so viele counter fallen dementsprechend ist das natürlich sehr stark so weil es einfach gut gehen da kann ich darauf an hätten oder ähnliches genau cybers genau wir kommen ja auch cybers neue karten eben auch ritual oder auch fusion wie gesagt aber wollen wir jetzt ebenfalls ein pendel im monster also ich muss sagen die artworks gefallen mir hier sehr gut denn es hat bisher wirklich sehr sehr gut ich wusste gar nicht im firewall von toben okay falls sie gerade der material linkbeschreibung ist dass man uns aufs friedhof gelegt wird du kannst deine hand eine seine zauberkarte vor allem ganz hinzufügen dann wir fangen ab ach klar okay stark gefällt mir ja gut ist schon wie fünf ne kannst du von hand du kannst du gerade von deinem friedhof verbannen während der endphase des spielzugs müssten uns so okay das ist natürlich schade ne okay muss irgendwie aufs Feld kommen und nochmal fallen dementsprechend ja ich warte mal ich kenne halt wie gesagt nicht alle karten deswegen also ich gehe hier einfach durch und überleg grad ne die die kenne ich schon wir müssen wirklich aufpassen ich weiß nämlich dass mein letzten opening ist so war dass ich karten einfach übergangen habe es waren neue karten die ich nicht kannte und ich habe sie einfach eben nicht beachtet verstärken ja hier rettungsarzt bekommt hier neue karten jedenfalls noch mal drin hatte ich auch schon mal angesagt gefallen davon ja namen namen erwähnen wir hier könnt ihr selber lesen ebenfalls hier wie gesagt gefallen ist vom namen natürlich nice hasen oder schwärmerin okay ist ein spielzug einmal pro kette wenn der effekt eines monster auf dem spielfeld außer sie aktiviert wird schnelleffekt du kannst einen hasen 10 mark drauf legen genau und es kann nicht durch kampf verschwirt werden solange es jene zählen marke hat einfach spielzug schnelleffekt du kannst ein monster mit einer hasen mit einer hasen us 10 mark gewählen verbanne sowohl erst als auch diese karte in der stempel fest bis nächstes spielzug die kannte ich doch schon oooohh müßig umgeheuer des waldes sehr hübsch aus sieht wirklich schön aus sieht wirklich schön aus und ich meine die ist neu wir lesen einfach mal falls diese karte als normale speziale schon geschworen wird das schon mal sehr gut du kannst ein ungeheuer ungeheuer krieger gefühls ungeheuer insekt oder pflanzenmonster in einem friedhof wählen da haben wir schon mal viele optionen weiter geht's lege ein monster mit dem selben grundtyp wie jedes monster vom deck auf dem friedhof okay ja auch nicht schlecht auf dem friedhof falls diese karte die ihr besitzer gehört durch ein karten eines gegners zerstört wird du kannst deine hand ein ungeheuer außer ihnen der hand hinzufügen okay du kannst jeden effekt von ihm nutzen okay also man kann hiermit einfach eine karte in friedhof legen passt ist gut ich glaube das ist neu ich glaube wirklich neu verwirrung wenn man verwirrt ist noch mal vergnügung krass wir kriegen noch ein ungeheuer ich muss noch mal okay das ist interessant neue grenzen ich glaube ich weiß gar nicht glaube das ist lor technisch die letzte karte glaube ich zumindest weiß ich aber nicht aber auf jeden fall schön verabschieden ein happy end virtual world sieht sehr cool aus sieht fu fu ich liebe die namen goldstolz neue goldstolz karte ich hätte es doch fast hier übersehen neue goldstolz lesen kopf an kopf wähle ein goldstolz monster das du kontrollierst oder eine goldstolz karte in einem friedhof okay friedhof klingt gut außer goldstolz kopf an kopf gibt es oder sie auf die hand zurück falls sie gegen einen monster mit höhere artikar als seine lebenspunkte kontrolliert du kannst diese karte und eine goldstolz monster von einem friedhof verbannen beschwören anderes goldstolz monster dass die namen jenes verbanden monster erwähnt als spezialversammlung von extra deck du kannst jeden effekt von ihnen einfach zu benutzen hmm interesting okay wir können damit es ist eine falle das heißt gegen einen spielzug das heißt wir können sich suchen mit der einen das ist sehr gut und wir können einen aus dem extra deck spezialversammlung ist auch gut okay jetzt ist halt die frage natürlich was gibt es für neue extra decken monster das ist hier entscheidend prime hart bekommt ebenfalls hier eine neue karte aber es ist nicht es ist erst mal eine ultra wäre fällt mir auf es ist nicht das level 10 monster was wir wollen denn wir wollen das level 10 monster für dark und light haben leider hier nicht gezogen goldstolz okay weiter halt schon ab wir müssen weiterlesen wähle ein goldstolz monster dass du kontrollierst bis zum innen des spielzugs erhält es 500 atk wenn es durch kampf oder einen karteffekt zerstört wird und seine effekte können nicht aktiviert werden also was kann weder durch kampf noch durch karteffekt zu schüffeln und seine effekte können nicht aktiviert werden aha okay also wir wählen es es kann nicht es wird stärker aber es kann sein effekt nicht nutzen okay während der endphase falls ein oder mehr offene goldstolz monster die du kontrollierst in diesem spielzug durch kampf oder einen karteffekt zerstört würden du kannst diese karte von einem friedhof setzen ah warte seine effekte können nicht aktiviert werden damit verhinderst du dass die extra deck monster zurück ins extra deck gehen nett aber mir fehlt immer noch eine zauberkarte die sagt verliere lebenspunkte denn wir brauchen weniger lebenspunkte um die goldstolz monster spezial zu beschönen zu das fehlt mir einfach noch was ist es eine kammen ich hätte echt erwartet dass es eine ultra war ist oder so ja poli oder ähnliches bekommt eben jetzt das gegenwart wir haben ein leid werden tag wir brauchen sie für unser exit monster dementsprechend hier sehr wichtig und damit wird das deck deutlich 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 stärker und auch viel besser halt sehr gut und wir machen mal spirit ebenfalls sofort leute es tut mir leid wir reden heute sehr viel über die karten muss ich muss ich wirklich sagen wir reden sehr sehr viel über die karten dementsprechend gehen wir hier mal das ist die karte ist neu die kenne ich nicht die kenne ich nicht heilige schafstrauche die kenne ich nicht okay pflanze zwei monster stufe vier ganz einfach das ist ja wirklich einfach du kannst ein material von dieser karte abhängen und dann eine normale falle in deinem friedhof wählen lege sie unter ein deck dann sie eine karte okay recycling könnte in trap trick könnte man vielleicht spielen falls eine normale fallen karten aktiviert wird außer wenn es selbst du kannst ein material von einem exit monster abhängen das du kontrollierst und falls du dies tust beschwöre ein monster stufe 4 spezial von deiner hand aha trap trick freut sich immer weiter du kannst jeden effekt ach so du kannst jeden effekt von ihnen noch einmal sprüße sie zu nutzen okay trap trick nett nett auf jeden fall sehr sehr nett er ist einfach so eine option was man halt eben theoretisch spielen kann weil da geht's pandel lobo mond während der main phase du kannst deine hand ein offenes pendel 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 monster was ne ich verlese mich doch oder ne was ein pendel pendel monster ok von exadec hinzu dann zerstörte diese karte du kannst den effekt von ihnen benutzen okay während der main phase du kannst deine hand bist du zwei offene pendel monster stufe zwischen den pendel bereichen der zwei karten in der pendelzonen von der exadec hinzufügen zusätzlich für den rest des spielzugs bis zum ende äh tschuldigung zusätzlich für den rest des spielzugs bis zu einer pendel beschwörung durchführen kannst du keine monstereffekte aktivieren und effekte karten von ach man jetzt aber der wort drin bis zum einer pendel beschwörung durchführen kannst du keine karten der monstereffekte aktivieren und die effekte von karten in deiner pendelzonen werden annulliert ah das ist genauso wie das linken monster das ist voll gut ist einfach zwei holt ihr einfach als als stufe eins hexa null ok super gute karte super gute karte tipptopp pendelung freut sich wir kommen nicht voran wir kommen nicht voran wir kommen einfach nicht so weiter geht es hier weiter geht es kommen hasen hatten wir schon wo kommt ihr her also der name ist hammer wo kommt ihr her da haben ist ja mal unglaublich neue ganzen und ah ja genau beat trooper beziehungsweise kever kavalier bekommt ein neues fusions monster allgemein wir sehen hier insekten support allgemein drin sehr sehr gut hier ist neue fusion und super starker samurai ich sag ja leute es ist nicht dass das top top monster was wir sollten aber ist auch wichtig wir brauchen es auch weil es ist pendel skala eins und was wir dann so haben wir haben das finde ich auch fufu interessant dass das eine kamen ist und wir haben schutz codiersprecher ja neue codiersprecher und wir sehen auf dem cover übrigens auch habe ich gar nicht erwähnt einen neuen firewall dragon und der firewall drogen ist link sechs was natürlich auch besonders ist weil es gibt noch nicht so viele link sechs monster muss man natürlich sagen äh goldenes oh warte das zählt das ist das ein goldstolz ist das ein warte ist das ein goldstolz gerade goldenes wolkenungeheuer okay weil sie gerade eine speziale funk wird du kannst ihre stufe um eins oder verringern falls sie gerade auch im friedhof gelegt wird du kannst ein offenes monster wählen dass die tangener kontrolliert gib es auf die hand zurück du kannst den effekt nahe pro spiel zu nutzen weil sie sechs das war gut sie ist empfänger ist gut das ist gut das ist das ist das ist wirklich schlecht die karte ist auch neu kenne ich auch noch nicht sehr gut ja ich bin ah ja genau und doppel aber da bekommt ebenfalls ein neues fusion von uns aus der heißt es und ja wir haben es wieder perle karten und hier haben wir die nächste die ebenfalls sehr wichtig ist für das deck selber ich habe ich habe euch das ich habe das monster nicht ausgelegt und nein ich habe das monster nicht rausgelegt so fusion subvention doppel fahren auch von aber wieder sehr nice verstärkung hatten wir schon gold stolz käme schon reaktion sieben kaiser und hier ist ja noch mal legen wir noch mal raus und super stark aber das ist nicht die karte die ich haben will ich will ein super stark kriegt hier wirklich viel wie ihr seht wirklich viel support dementsprechend so weiter geht's und zweiter und sehr gut kaiserliche prinzessin die kenne ich auch nicht okay zwei monste schule 5 ja kann man kann man natürlich erreichen ist kein hallo mikrofon er kann natürlich erreichen aber okay kann sein material von dieser karte abhängen um dann ein monster stufe 5 mit in einem beliebigen friedhof wählen beschwörter spezialbeschwörung auf einer beliebigen spielfeld seite okay beschwörter schreibst du mal was nett also das heißt die beschwörung ist nicht ganz so schmerzhaft weil brauchst du zwei monster hast du wieder zwei monstern ist nett falls ein offenes monster der stufe 5 das kontrolliert durch kampf zerstört wird oder das spielfeld durch einen karten effekt eines gehen das verlässt solange du diese karte kontrollierst du kannst einem monster der stufe 5 dein deck den herrn hinzufügen oder spezialbeschwörung ist nett und wir ihm also der mag mich aber auch wirklich gold noch mal gold stolz vollgas wie gesagt mir gefallen das aber wir brauchen bei gold stolz einfach noch eine karte die wirklich sagt hier du verlierst lebenspunkte du verlierst lebenspunkte gold stolz secret rare ok 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 super ok bitte hab was im effekt bitte was im effekt und lebenspunkte verlieren 2 der satz verlierst lebenspunkte ok karte ist gut karte ist gut wenn diese karte aktiviert wird du kannst deine hand eine gold stolz monster von deinem deck hinzufügen falls du dies tust verlierst du lebenspunkt höhste seiner tk ja search search plus lebenspunkte top beste das sowas genau das hat gold stolz gebraucht genau das genau das braucht gold stolz ich habe es schon im letzten unbedingt sagt gold stolz sehr interessant doch du musst karten an die lebenspunkte reduzieren das ist sie sie sucht der monster und gibt es ist perfekt alle ok falls ein oder mehr offene gold stolz monster die du kontrollierst und die als spezialbeschwörung von extra deck beschworen wurden in der zurückgelegt werden außer wenn des step steps du kannst eine karte ziehen wo auch gut das nett also klar wir wollen erst mal aktivieren um ihm uns ein monster zu holen und um die lebenspunkte zu reduzieren und damit unser extra monster noch zurückgeht und eine karte ziehen ist das einmal ist das oder ist das warte falls ein oder mehrere das ist natürlich schade ok also eine ziehen du kannst diesen effekt von ihm die mehr glück beim nächsten mal nur eine pro spielzug verwenden kannst nur ein gold stolz mehr glück pro spielzug aktivieren ok du kannst jeden effekt normal nutzen wie war der jeden und du kannst diesen den effekt noch einmal nutzen aber nur ein aktivieren okay ich bin ich bin ich bin happy also ich bin so happy ich bin so happy das ist genau das was gold stolz gebraucht hat die falle käme schon also ich muss ich muss jetzt erstmal wieder hier klar kommen und noch mal das dritte sehr gut ja gold stolz ich freue mich so sehr darüber glaubt ihr gar nicht doch ihr glaubt es schon ihr seht das schon so weiter geht's kommen jetzt mal ein bisschen schneller machen und sonst haben wir gleich 30 minuten voll wie gut sieben kaiser hatten wir auch bereits schon pendel anhänger pendel mond warte no 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 warte was war a panel noch kein wir schon dann gibt es wahrscheinlich auch sonne oder so das wäre interessant wenn es auch sonne oder so geben würde wäre das super natürlich wir ziehen einfach nicht den super starken das ist bisher ein bisschen ärgerlich weil ja gold stolz ich sie alle egal super das kam aus dem nichts zauber keine quickspot bitte lebenspunkte verlieren bitte beschwöre einen gold stolz und monster spezialbeschwörung von deiner hand oder deinen friedhof dann kann dein gegner einen monster spezialbeschwörung von seiner hand oder seinen friedhof auf die spielseite beschwören aber nur seinen effekt ah du kannst also in deinem ersten zug den gegner quasi ein monster geben aber er muss es nicht machen würde ich ihm auch nicht raten weil die extra monster ja damit funktionieren und wieder keine lebenspunkte verlieren warum schreibst du nicht drauf beschwöre einen gold stolz und monster spezialbeschwörung verlieren lebenspunkte warum egal wieder eine karte von friedhof wiederbelebt auch sehr gut zaubergarten ist so schnell zaubergarten heißt also auch ein gegner spiel zu können wir können das so ein gegner spiel zu machen wir können ich habe es vergessen den 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 großen holen denn den token holt und dann gut also das deckthema ihr seht es gefällt mir sehr sehr gut es gefällt mir wirklich gut wir haben jetzt gleich alle gold stolz karten gezogen glaube ich die es gibt in diesem set ich kannte alle nicht und bin bisher neu aber auch bekannt mond vollgas noch mal begeistert ja also gold stolz ist ein thema aus mir gefällt ich habe ja wirklich auch das auch ein zeichen oder ich habe im letzten opening auch komplett gold stolz gezogen jetzt hier wieder komplett gold stolz gezogen also super starker noch mal die pendel ist geld auch sehr nett ich will die andere ziehen ich weiß gar nicht welche rarität das andere monster ist vielleicht ist es auch auch ein secret rare oder so wer weiß es schon also ihr wüsstet wahrscheinlich zu dem zeitpunkt dieses videos schon ich leider noch nicht das ist natürlich schade und eine nächste karte worüber wir reden müssen ich habe diese gar nicht erwähnt aber es ist eine sehr starke zaubergarten sie hat einen sehr mächtigen effekt jedoch hat sie auch eine schlechte seite also muss überlegt diese karte aktivieren also und zwar wende rest dieses duells folgenden effekten also das rest fürs duell zählt das heißt sobald die einmal durchgegangen ist kann dagegen passiert es immer du kannst keine monster effekt du kannst keine monster effekte deiner hand aktivieren okay das ist natürlich ein nachteil für uns erstmal ziere während der draw phase als normales ziehen zwei anstatt zwei das heißt wir haben eine draw phase mit zwei karten immer ist gut du kannst du kannst pro spielzug zwei normalbeschwerungen durchführen nicht nur eine sehr gut wir dürfen keine effekte nutzen dafür zwei ziehen und zwei monster beschwören du kannst diese karte von einem friedhof verbann und dann eine zeitreisende also sie selber abwerfen dein gegner kann diesen spielzug keine monster effekt aktivieren wenn du eine normalbeschwerung durchführen das heißt falls wir noch eine ziehen sollten können wir sie abwerfen und effekte nutzen ist sehr gut also wir haben hier die eine karte die sehr stark ist aber halt nur mit weiser entscheidung in dem richtigen deck ist eine interessante karte ist sehr cool und ich finde super dass die hier ebenfalls drin ist montag mischung so wir haben noch fünf fuß da und vielleicht wo ich will warte wir noch wir noch ja wir können auch noch ultra west ziehen ich will dass ich will dass ich will das synchro ziehen bitte bitte lasst mich das synchro ziehen das synchro wir haben wir super wir haben das andere da ist die andere panels 8 und 1 natürlich passt perfekt ist natürlich klar und er ist halt super 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 gut er ermöglicht uns eben alles und er ist eben super durch dieses motorrad dann können wir ihn holen also sehr gute karte falls du keine zauber und feine karten in friedhof hast das natürlich das problem ihr dürft bei super starke samurai natürlich keine zauber und feine karten in friedhof haben aber ja und zwar genau falls du keine zauber und feine karten in friedhof hast du kannst ein monster abwerfen beschwöre ein super starkes samurai spezialbeschwung in der hand oder deinem deck in verteidungspositionen zusätzlich kannst du für den rest des spielzugs kein monster spezialbeschwung beschwören außer super starkes samurai monster falls diese karte als synchro beschwörung verwendet wird und offen dein extra deck hinzugefügt du kannst die karte in deine panelzone legen und das ist der besondere effekt der erste effekt ist nicht so relevant weil wir wollen sie wieder in die pendelzonen legen wenn wir eben sie für eine synchro beschwörung genutzt haben empfänger stufe vier und die der pendel effekt ist natürlich ebenfalls super gut und zwar falls du keine zauber und feine karten in friedhof hast ja ist glaube ich wie klar jetzt du kannst einen super stark samurai panel monster von deinem deck außer ihn selber in deine andere panelzone legen dann beschwöre diese karte als spezialbeschwörung du kannst diesen effekt nur im kursspielzug verwenden das heißt also wir wir aktivieren diese karte in der panelzone dann können wir diese karte in die andere pendelzonen liegen können ihn spezial beschwören und haben automatisch einen empfänger stufe vier und wenn er jetzt für eine synchro beschwörung genutzt wird kommt er wieder eine pendelzone ist das nicht gut doch das ist gut das ist sehr gut und der vierte jetzt glaube ich oder der dritte oh komm jetzt noch wirklich jetzt noch das synchro monster dann haben wir wirklich alles gezogen und okay wie auf kommando wir haben ein synchro monster gezogen aber nicht abgeheuerlich bekommt nämlich ebenfalls ein synchro monster und ja es hat 3500 angriffspunkte was unglaublich stark ist es ist nicht das für dieses monster was ich ziehen wollte aber es ist auch ein sehr gutes abgeheuerlich eine abgeheuerlichkeit funktioniert halt mit den abgeheuerlichen karten ist ja irgendwie klar er kann ein verbandes licht oder finstmonster wählen beschwörst als spezialbeschwörung auf deiner spielfeld seite heißt also wir können hier monster spezial beschwören und wenn der gegner monster weg aktiviert schnelleffekt du kannst eine verbande karte wählen mische sie ins deck dann falls du sie in deinem deck gemischt hast zerstöre jedes monster und falls du es falls ins deck des geners gemischt hast annulliere den effekt heißt also wir können mit unseren ersten abgeheuerlichen gegnerische karten verbannen oder unsere eigenen und dann eben den effekt dann eben zerstören und annullieren sehr gute karte ist eben das synchro monster was ich gesucht habe das synchro monster ist nämlich ist chaos angel und chaos angel ist so sehr gut sie ist ein level 10 synchro monster was auch sehr gut ist also quasi direkte beschwörungsbedingungen wie eben unsere typische baroness endlos kette bekommt ebenfalls ihr support muss man eben erwähnen aber ich möchte eben auf chaos angel weiter eingehen denn sie hat das besondere dass du wenn du sie beschwören möchtest einfach auf ein pferd ein licht oder dark monster wählen kannst und ist als tuner benutzen bedeutet also wir brauchen für ihre beschwörung quasi kein empfänger was natürlich es kraft es kraft bekommt support okay wir müssen lesen wichtig es kraft bekommt support das ist interessant es kraft link 1 das top es kraft schon super es kraften liegen eins monster kein monster kein monster deines gegners in derselben spalte wie ein es monster kann die monster in seiner spalte als angrossier wählen okay attack protection nicht schlecht während deiner main phase schnell effekt du kannst ein es kraft monster wählen das kontrollierst mische ins deck dann kannst du einen deiner verbanden es kraft monster schutzabschwörungen beschwören oh gut sehr gut ja und noch mal zu chaos angel zurück ja und das besondere ist natürlich ja dass sie einen folgenden effekt hat und zwar wenn sie gerade spezial beschworen wird kannst du ein monster eine karton spieler wählen und sie verbannen heißt also auf beschwörung können wir dann eben hier verbannen was natürlich sehr gut ist und wunschdrache den lesen wir nämlich auch noch mal ich weiß nicht ob der neu ist oder nicht du kannst sie gerade als tribut anbieten beschwöre zwei drei spielmarken stufe bla 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 zusätzlich kannst du den rest des spiels zu kein monster spezial beschworen für extra deck außer drachen monster der stufe 5 oder höher okay ja ist für synchro drache für dragonity zum beispiel ganz nett okay er ist leider nicht empfänger wäre sehr cool und die letzten drei karten hier auch noch haben wir auch ja im großen ganzen ich bin sehr zufrieden ich habe sehr viel gold stolz gezogen da bin ich aber stolz okay das war sehr schlecht aber wir gehen das noch mal durch hier geht es noch durch wir haben eben die neue zauberkarte die auch gut ist eine super red finde ich auch sehr interessant ich bin sehr gespannt was hier dann die starlight restern sein werden denn wir haben hier wirklich potenziell sehr viele karten die eben theoretisch eine starlight wäre sein könnten und nach zu guter letzt also wie sagte diese diese drei karten verändern einiges glaubt mir leute diese drei karten unglaublich spielstark und gold stolz bekommt endlich searcher plus lebenswert zu zahlen was unglaublich wichtig für dieses deck ist ich bin gespannt was die anderen karten sein werden ihr wisst es wahrscheinlich zu diesem zeitpunkt ja ich hoffe dieses opening hat euch gefallen ich muss sagen nice gold stolz bekommen die ich nicht kannte wollte ich freut mich chaos angel hätte ich gern noch gezogen aber man kann hier eben nicht alles haben wie gesagt ich finde euch jetzt ein wunderschönen tag und wie immer viel spaß beim duellieren